In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, kommt es zu einem neuen Musik-Highlight, das gleichzeitig ein Band-Comeback ist. Während Fans der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, demnächst die Nikolaus-, Weihnachts- und Silvesterfolgen sehen sollten, stehen die Stars der Serie bereits für Episoden vor der Kamera, die erst im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. GZSZ wird nämlich mit einem Vorlauf von etwas zwei Monaten produziert. GZSZ-Gossip-Comeback auf der GZSZ-Bühne Wie ein aktuelles Foto vom Set zeigt, wird es zum Februar mal wieder zu einem besonderen Gastauftritt kommen. Die Band Gossip um Frontfrau Beth Ditova absolvierte nämlich einen Auftritt im Mauerwerk. Eigentlich hatten sich Gossip 2016 getrennt. Erst Mitte November dieses Jahres fanden sie wieder zusammen und werden im Mauerwerk ihr Comeback als Band feiern. Musik spielte schon immer eine wichtige Rolle in der Serie. Zuletzt sahen wir im Sommer Sänger Vincent Weiss die Bühne von Johns, Felix von Jascherow, Club Rocken. Tatsächlich ist die Liste der Stars, die im Mauerwerk auftraten, sehr lang. GZSZ Welche Stars traten schon im Mauerwerk auf? Jennifer Rostock, Mando Diaw, Nena oder Unheilig waren schon zu Gast, ebenso wie Andreas Burani, Lena Meyer-Landrut und Tim Bensko. Doch auch internationale Stars gaben sich die Ehre, 2012 kam Ed Sheeran ans GZSZ, ein Jahr später folgten ihm die Backstreet Boys. Und auch die Serie selbst war schon immer einen Hitfabrik. So nahm bereits der erste Teenie-Schwarm des Kollekids, Andreas Elsholz, 1993, eine Platte auf. Weitaus erfolgreicher waren allerdings Oli P., Janet Biedermann oder Yvonne Cutterfeld mit ihren Songs. Bands wie Just Friends wurden in den 90ern quasi bei GZSZ geboren und landeten schnell in den Charts. GZSZ Wolfgang Baro ist begeistert von Beth Ditto. Wolfgang Baro freute sich sehr über den Auftritt Beth Dittos. Sie ist nicht nur eine grandiose Sängerin, sie hat auch sehr viel Humor, verriet er auf Instagram. Es war wirklich ein toller Drehtag mit ihr.